Gibt es etwas Liebenswerteres als ein Kätzchen, das deine Augen noch nicht geöffnet hat? Das ist umstritten. Obwohl Wissenschaftler festgestellt haben, dass Hunde geringfügig niedlicher sind als ein Kätzchen, sind Katzenliebhaber ganz anderer Meinung. Egal ob du ein Hundeliebhaber oder ein lebenslanger Katzenfan bist. Winzige Kätzchen haben etwas, das dein Herz höher schlagen lässt. Hast du dich jemals gefragt, wann öffnen Kätzchen ihre Augen? Was passiert, wenn sie ihre Augen zu früh öffnen? Damit bist du nicht allein. Hier erfährst du, was Tierärzte darüber sagen, wann Kätzchen ihre Augen öffnen, warum du ein Kätzchen nie zwingen solltest, die Augen zu früh zu öffnen und was passiert, wenn ein neugeborenes Kätzchen die Augen zu früh öffnet. Wann öffnen kleine Kätzchen ihre Augen? Kätzchen werden blind und taub geboren, aber ihre Augen öffnen sich innerhalb der ersten zwei Lebenswochen. Das passiert normalerweise, wenn die Kätzchen zwischen 8 und 12 Tage alt sind. Dein neues Fellbaby wird hellblaue Augen haben, wenn sie sich zum ersten Mal öffnen, aber seine Augenfarbe wird sich im Laufe des Lebens sehr wahrscheinlich verändern. Bei Katzen mit weißem oder hellem Fell ist es jedoch wahrscheinlicher, dass sie ihre blauen Augen behalten, da das Gen, das für ihre weiße Färbung verantwortlich ist, ein dominantes Merkmal ist. Ist es schlimm, wenn ein Kätzchen seine Augen zu früh öffnet? Normalerweise öffnen Kätzchen ihre Augen in den ersten ein bis zwei Lebenswochen, aber es kommt auch vor, dass sie ihre Augen schon nach drei Tagen öffnen. Die Augen neugeborener Kätzchen sind extrem lichtempfindlich und junge Kätzchen sind besonders anfällig für Augeninfektionen. Wenn das junge Kätzchen die Augen öffnet, wenn es erst ein paar Tage alt ist, kann es bleibende Schäden an seinem Sehvermögen davontragen. Die Sehkraft und das Gehör eines Kätzchens sind anfangs noch schwach, aber innerhalb weniger Wochen entwickelt das Fellbaby ein Nachtsichtvermögen, das sechsmal größer ist als das unsere und ein extrem scharfes Gehör. Kann man die Augen eines Kätzchens mit Gewalt öffnen? Du solltest einen Kätzchen niemals zwingen, seine Augen zu öffnen, bevor es dazu bereit ist. Du könntest nicht nur ihre Sehkraft für immer schädigen, sondern auch eine Augeninfektion verursachen. Möchtest du jetzt noch wissen, warum Katzen bei der Paarung Schmerzen haben? Dann schaue dir unbedingt das Video an, was ich dir hier an dieser Stelle verlinke. groundlegte. Du bist so neig, was ich dir nicht mehr so schlecht. Und dazu ist ja, ich hoffe, dass du jetzt keine Wegeführung wirst, so wie ich mir das Video an, was ich dir schon mal zu Depression ist, Dann gehen und dann gehen wir, was ich jetzt einfach mal an, was ich habe mir gemacht.